Die hat bestimmt ein direkter Verbindung. Ja, kann man auch ein Mod-Ding. Oh! Nein! Was ist dann los? Danke schön! Ihr Verrückter! Ich glaub's nicht, sau geil! Ich geh frecken! Das ist geil! Scheiße! Oh, er ist mir noch die vor... Ah! Dankeschön! Ich muss Chaos helfen, sonst ist er mir beleidigt. Ich bin nur fertig. Chaos hat aufgeräumt! Das ist schon geil! Dankeschön! Ah, ihr seid so geil! Ah! Jetzt ist es mir heiß! Danke! Okay! Häussischminker! Die ist nicht alleine! Ich sag dir das! Warte, dann sag ich! Alles gut! Warte, ich muss gucken! Wen hab ich denn ausgerüstet? Die ist nicht alleine! Schau mal, hier sind überall Schlafplätze! Sobald wir anfangen zu ballern, sind wir die Gepiepten, ne? Das hab ich denn gleich doch! Ich hab die Chirurg und Endtyp ist fachkundischen Arzneikunden! Okay, ich bin bereit! So willst du kämpfen mit der... Die hat bessere Waffen, wie wir! Das weiß ich mir noch gar nicht! Ja, fährst du vielleicht mit? Nö! Guck mal zu, was du machst! Wow, wie dein Auto qualm! Beeindruckend! Was machst du da? Oh, wir haben jetzt so viele Sachen in dem Auto! Kann man mit Feuer leer machen? Oh mein Gott! Ich glaub, das Hedgehammer hinkritt ohne ihn! Ich hab keine Muni mehr! Ja, willkommen im Club! Also ich mein, das ist die Idee! Unsere Sachen! Hat Ernst in der so einen, äh, ein RIP-Smiley oder sowas in der Richtung? Wo ist der Dicke jetzt hin? Oh, scheiß, der steht! Ich will jetzt ein neuen Zauberauto an! Guck mal, ob du nur mal Ernst ihn beordern kannst! Kommt man doch an unsere Sachen ran oder so? Hast du dem Knallerbse hingelehnt? Damit er weiß, wo wir sind! Ich glaub, die Sachen sind kaputt, oder? Oh, scheiße, er hat mich durch! Die Munition, bitte gib an alles hin! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Der hat den Chaosbraten gerucht! Ja, Mann, mich an! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Okay, wenn ich jetzt ein Auto bin mit ganz viel PS, wo würde ich mich jetzt verstecken? Schminker, du bist so ruhig! Ja! Oh, da sollen wir grad eine Infight gehen, hä? Wir sind mächtig! Wir sind super! Wir sind klasse! Komm, Schminker! Mach den vor! Oh Gott! Alter, der kommt mit Rat! Soll ich jetzt bis jetzt so gleich keine Luft mehr fliegen? Oh! Warte, Junge! Hä, ich leb wieder! Hast du mich wiederbelebt? Ja! Ach so! Ich kämpfe noch! Dieser Gummi ist widerspenstig! Ja, der ist widerständiger als der gesamte Gummi-Teil! Ja! Das sollte man als Verhütung benutzen, diesen scheiß Reifen! Komm jetzt! Kommen Sie durch die Ritze! Komm jetzt! Ich geh noch drauf wegen dem Gummi! Kann man die essen? Kann man Fledermäuse essen? Weiß ich nicht! Kann ich die essen? Kann ich die essen? So! Ich hab aus Versehen mein... Äh... Aus Versehen Speer-Weitwurf gemacht, mein Speer ist weg! Ich hab hier schon gesagt... Ich hab hier schon gesagt... Mal drückst du wie der gewimmert hat! Ich hab gar nicht lange weinen! Mann bin ich ultra! Ich kann ihn nicht mehr! Ich kann ihn nicht mehr! Au! Wieso haust du mich? Guck'n da an, ey. Let's see, so wie ich ihn platt gemacht hab. Ich beruf's dir.